... wird jetzt installiert. Die Installation jedes Teils dauert eine Minute. Also, acht Moodle, eine Minute, das macht eine Menge Kugeln. Hilfe ist da! Suche nach Glottspot. Ich habe seinen Standort auf der Karte markiert. Glottspot hat nur begrenzt Energie. Wenn der Scanner nicht aktiviert wird, muss er zum Aufladen zurückkehren. Der Scanner des Glottspots ist bereit. Verteidige den Glottspot während des Scans. Ruhe bitte! Ich kann's sehen! Ein Modul wurde installiert. Der Schutzbunker ist jetzt besser. Installation des nächsten Moduls hat begonnen. Ich habe die Module gesehen. Die Teile sind nur noch in der Karte markiert. Ein Glottspot! Nur noch zwei Module. Such weiter! Ein Modul wurde installiert. Der Schutzbunker ist jetzt besser. Installation des nächsten Moduls hat begonnen. Alle Module wurden gefunden. Sobald alle Teile installiert wurden, wird der Schutzbunker wieder versuchen hochzufahren. In dem Fall gibt es einen großen Kampf. Der Gegner wird aus allen Richtungen kommen. Das Aufladen dauert vier Minuten. Ein Modul wurde installiert. Der Schutzbunker ist jetzt besser. Die Installation des nächsten Moduls hat begonnen. Der Schutzbunker ist jetzt besser. Okay. 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 Ein Modul wurde installiert. Der Schutzbunker ist jetzt besser. Installation des nächsten Moduels hat begonnen. Scheint, als hätte sich der Plan der Höhlen geändert. Sie ahnen, dass bald das letzte Teil installiert wird. Sie planen bestimmt ein großen Angriff. Mach dich bereit. Installation wird fortgesetzt. Das war's für heute. Da kommen sie! Verteidige den Schutzbunker! Ich bin ein Bär. 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 Ich bin ein Bär sein. Ich bin ein Bär. 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 Ich bin ein Bär.